Forex, der Markt, der niemals schläft. Um was geht es beim Forex, beim Devisenhandel? Zuerst mal ein kurzer Blick auf den Interbankenmarkt, denn im Gegensatz etwa zu Aktien werden Devisen nicht an einer zentralen Börse gehandelt. Währungen werden direkt zwischen Banken und Brokern gehandelt. Deswegen müssen auch keine Börsenöffnungszeiten beachtet werden. Devisen können quasi ununterbrochen gehandelt werden. Aber keine Angst, da der Forexmarkt der größte Markt der Welt ist, mit bis zu 4 Billionen Dollar Tagesvolumen, sind die Preise für Dollar, Euro und Co. sehr transparent und die Gebühren spielen beim Traden keine Rolle. Noch vor etwa 15 Jahren kamen Privatpersonen nur bei der Vorbereitung auf den Sommerurlaub oder den Wechselstuben am Flughafen oder im entsprechenden Urlaubsland mit Devisen überhaupt in Berührung. Das sind aber dann eher die Sorten, also Münzen, Banknoten in ausländischen Währungen. Heutzutage gibt es aber keine Hürden mehr, um als Trader professionell Devisen handeln zu können. Und das ohne teure Gebühren. Das Tor zum weltgrößten Handelsmarkt steht also jedem offen. Nur wer tummelt sich dort? Die Marktteilnehmer sind folgende, beziehungsweise warum ist dieser Markt so riesig? Weil eben sehr viele sich dort tummeln. Unter anderem sind dies Unternehmen, die versuchen, ihre Ergebnisse auszubalancieren, die Wechselkursschwankungen, um Währungsrisiken abzusichern, die das Ergebnis eben beeinträchtigen können. Insbesondere sind dies natürlich exportorientierte Unternehmen. Zahlungsströme müssen konvertiert werden. Kleinigkeiten machen dabei schon viel aus. Dann natürlich auch Banken als Mittler zwischen Angebot und Nachfrage, die eben auch Kurse stellen, einen Eigenhandel betreiben. Dann natürlich Trader. Sie oder ich als professioneller Trader oder eben nicht partizipieren. Sie eben auch oder können an Wechselkursschwankungen partizipieren. Der Broker als Vehikel für Trader, um am Forexmarkt direkt agieren zu können. Dann aber auch Zentralbanken, ob das jetzt die amerikanische Notenbank, die FED ist oder die europäische Zentralbank. Alle mischen mit. Dann die Kapitalanlagegesellschaften. Zuallerletzt Fonds etwa konvertieren die Gelder. Aber auch zur Gewinnerzielung wird der Forex-Markt gewählt. Warum Forex? Gleichbedeutend eigentlich mit den Vorteilen. Ich hatte es schon erwähnt, das ist der liquideste Markt. Es gibt entsprechend keine Kurslücken. Der Slippage ist auch sehr gering. Das heißt, also Kurslücken wie im Aktienmarkt zwischen Schlusskurs, meinetwegen des DAX und Eröffnungskurs des Folgetages, da gibt es oftmals Kurslücken, ob eine Abwärts- oder eine Aufwärtslücke, spielt jetzt da keine Rolle. Jedenfalls hat es immer ein gewisses Risiko mit sich. Und in einem Markt, der so liquide ist, ist das eben nicht der Fall. Durch die Liquidität, die sehr hoch ist, ist eben der Markt, der Forex-Markt, weitgehend manipulationsfrei. Im Gegensatz eben häufig bei liquiden Aktien ist es eben trotz einer Handelsüberwachungsstelle der Börsen zu beobachten, dass hier Kurse manipuliert werden. Dann haben wir es natürlich damit zu tun, dass es auch mittlerweile sehr einfach ist. Ich hatte es schon erwähnt, Sie können eben als Privatanleger über Ihren Broker am Forex-Markt mitmischen. Sie brauchen nur ein Konto dort und dann haben Sie den direkten Forex-Zugang. Und das Ordering, die Trade-Order-Aufgabe, die ist eigentlich analog jetzt die eines Aktienkaufs oder Verkaufs zu sehen. Dann haben wir schnell, das ist Ausführung in Millisekunden, was natürlich dann auch mit der hohen Liquidität zu tun hat. Rund um die Uhr geöffnet. Sie folgen der Sonne um den Globus. Sie haben quasi 24 Stunden die Möglichkeit, Forex zu handeln. Verschiedene Währungen, Währungspaare. Währungen können also ständig gehandelt werden. Und gerade für Feierabend-Trader ist der Markt damit sehr geeignet. Und dann minimale Handelskosten. Sie haben keine Transaktionsgebühren, wie Sie sonst beim Aktienhandel zum Beispiel an Ihren Bank, an Ihren Broker bezahlen müssen. Sie haben letztendlich als Gebühren nur den Spread zu zahlen, dazu gleich mehr. Sie können also schnell Entscheidungen treffen, ohne sich Gedanken über Gebühren oder Kosten zu machen. Mit diesen Vorteilen zeigt sich eben, dass der Devisenhandel ein hochinteressantes Anlagefeld darstellt, gerade auch für das Kurzfrist-Trading. Funktionsweise gleichzeitig wird da eine Währung gekauft und eine verkauft, etwa Euro gegen US-Dollar. Und es findet quasi ein Tausch dieser Währungen statt. Wichtig funktionsweise zu wissen, was ist eine Margin? Denn um eine Forex-Transaktion durchführen und halten zu können, muss ein bestimmter Prozentsatz auf dem Konto als Sicherheitsleistung, das ist eben die Margin, hinterlegt sein. Variiert auch dann vom Währungspaar zu Währungspaar. Also die Hauptwährungspaare, da ist die Margin geringer als bei exotischen, sprich seltenen Währungspaaren. Hebel beim Forex-Handel können Sie schon mit einem kleinen Konto große Summen bewegen. In der Regel lautet eben bei Major-Währung der Margin Satz 1% und dadurch ergibt sich dann der Hebel von 100. Das ist eine tolle Sache, aber umso notwendiger ist es eben auch, ein vernünftiges Geld- und Risikomanagement zu betreiben oder Positionen immer abzusichern. Sie können Long oder Short gehen, also kaufen, verkaufen in einer Währung. Beides ist problemlos möglich. Sie müssen also nicht erst nach passenden Short-Optionsscheinen oder Zertifikaten beispielsweise suchen. So kann auch bei einer negativen Erwartung für eine Währung also Geld verdient werden und das eben quasi ohne, dass Sie Gebühren zahlen müssen an die Emittenten, was dann wiederum ja auch Ihre Performance schmälert. Es gibt gewisse Besonderheiten. Ja, ganz schnell, bevor wir uns das Ganze mal im CIFX Trader direkt anschauen, die sogenannten Basics, die Basis-Währungen, das ist eben immer die erste Währung des Währungspaares. Majors hatte ich schon erwähnt. Das sind der US-Dollar, der Euro, der japanische Yen, das britische Pfund, der Schweizer Franken, Kanada-Dollar und Austral-Dollar. In diesen Währungen werden über 85% der weltweiten Transaktionen durchgeführt und entsprechend sind in diesen Währungspaaren dann auch enge Spreads anzutreffen aufgrund eben des hohen Volumens. Spread erkläre ich gleich nochmal. Exoten, das sind eben dann alle anderen Währungen, eine türkische Lira beispielsweise, mexikanische Pesos, um da jetzt nur zwei Beispiele zu nennen. Der CIFX-Broker bietet mittlerweile rund 160 Währungspaare an und da sieht man mal, welche große Spanne der CIFX-Broker hier anbietet und welche, zum anderen aber auch, welche Möglichkeiten der Forex-Markt anbietet. Cross-Rates nochmal, so ein geläufiges Wort aus dem Devisenhandel vielleicht. Als Cross-Rates werden Währungspaare bezeichnet, die nicht gegen den US-Dollar gestellt werden. Die Währungspaare unterliegen aber untereinander eben Abhängigkeit, Wechselbeziehungen. Eine Bewegung bei Euro-Japanische Yen wird auch ähnliche Auswirkungen im Währungspaar US-Dollar-Japanische Yen haben und das ist eben dieser sogenannte Cross-Rate-Effekt. Dann haben wir noch Care-Rates, dabei handelt es sich um Zinsdifferenzgeschäfte, die man eben mithilfe des Forex-Marktes durchführen kann. In Ländern bzw. Währungen, die niedrige Zinsen bieten, wird Geld geliehen, um dieses Geld dann zu verleihen. Und zwar in Ländern Währungen, die hohe Zinsen bieten. Und für Privatanleger reicht das Portemonnaie meist eben nicht so aus, damit diese Zinsdifferenzen auch etwas einbringen, doch erstens beeinflussen diese Zinsunterschiede die Währungskursschwankungen und zweitens entsteht bei der Auflösung von Care-Trades starke Bewegungen, die Auswirkungen auf eigene Positionen oder Trading-Ideen dann haben können. So und jetzt nochmal zu den Basics, Geld und Briefkurs, Brief- oder Ask-Kurs und den Spread. Das wollen wir uns aber dann direkt anschauen im CFX Trader, der professionellen Chart und Handelssoftware des CFX Brokers. Und was haben wir hier? Wir haben den Euro gegen US-Dollar im 30-Minuten-Chart. Ich habe ein paar Trendlinien eingezeichnet. Hier den kurzfristigen Abwärtstrend, der hier dann nach oben durchstoßen wurde. Wir haben hier auffälliges Top hier bei 1,34, also eine markante Widerstandszone, die mehrfach den Euro-Bullen, die sich dort eine blutige Nase geholt haben. Aber das will ich jetzt gar nicht erklären. Dafür haben wir andere Lehrvideos, zum Beispiel für die technische Analyse, sondern es geht hier um die Möglichkeit zu handeln und Ihnen die Basics noch genauer zu erklären. Hier haben Sie, ich rufe es hier direkt mal auf, die Möglichkeit Euro gegen US-Dollar zu kaufen. Sie geben den Betrag vor, aber Sie müssen jetzt nicht 25.000 Euro oder US-Dollar hier auf dem Trading-Konto haben, sondern ich habe es erklärt, Margin-Handel, sondern nur 1% dann davon in so einem Major-Währungspaar. Sprich, Sie müssen hier nur 250 Euro auf Ihrem Trading-Konto frei haben, offen haben für eine Transaktion, um eben 25.000 handeln zu können. Und wir geben hier einfach mal eine Kauf-Market-Order ein, um Ihnen das mal genauer zu erklären. Wäre nur, was kaufe ich jetzt, kaufen Sie zum Geld oder kaufen Sie zum Briefkurs oder Bit- und Ask-Kurs auch häufig genannt. Und das möchte ich erklären, der Geld- oder der auch Bit-Kurs eben genannt. Zu diesem Preis können Sie an Ihrem Broker verkaufen, also das wäre der Verkaufskurs. Wir wollen aber hier kaufen, entsprechend ist der Brief- oder der Ask-Kurs für uns bei diesem Beispiel relevant. Zu diesem Preis können Sie nämlich kaufen. Sie kaufen zum höheren Kurs, Sie verkaufen zum niedrigeren. Und diese Differenzen sind die einzigen Gebühren im Forex-Handel, im Forex-Markt, die Sie bezahlen müssen. Also keine börsenabhängigen Gebühren, keine Transaktionsgebühren, die Sie an Ihre Bank oder Broker abführen müssen, sondern nur diese Differenz und diese Differenz, das ist eben der sogenannte Spread. Und der ist in diesem Währungspaar aktuell zwei Pips. Der Unterschied eben hier, 1,33175 eben zu 1,33195. Sie sehen, das verändert sich ständig, weil es eben ein sehr liquider Markt auch ist. Und ja, diese Differenz, wie gesagt, sind Ihre Gebühren. Das ist der Spread. Und hier, ich hatte die Kurse schon vorgelesen, hier geht es um Pips. Im Forex-Markt geht es nicht um Punkte, sondern hier um Pips. Und Pips, das ist eben die zweite oder vierte Nachkommastelle. Zweite, das ist eben die Ausnahme beim japanischen Yen. Ansonsten ist es die vierte Stelle. Wir haben aber jetzt hier fünf Stellen. Das bedeutet hier, dass der CFX-Broker zeigt noch diese fünfte Stelle an und kann eben hier noch engeres Spread darstellen als manch anderer Broker. Normalerweise ist eben die vierte Nachkommastelle, das PIP, die kleinste mögliche Kursveränderung. Und hier ist es der sogenannte Mini- oder Micro-PIP. Ja, soviel zu den Basics auch nochmal und zu der hervorragenden Plattform des CFX-Brokers. Wir platzieren jetzt einfach vielleicht mal hier über Order platzieren, diese Order, dass Sie das mal sehen, wie das auch funktioniert. Da kann man sich gleich die Ausführung hier anzeigen lassen, was wir hier hatten. Also Sie sehen es, innerhalb von Millisekunden bekommt man hier eine Ausführung. So, und jetzt haben wir hier auch nochmal ein Beispiel. Ein Lot, das ist der Fachbegriff für 100.000 eines beliebigen Währungspaars. Sie haben eine Marge von 1%, wenn es sich um ein Major-Währungspaar handelt und haben so hier eine Sicherheitsleistung auf dem Konto zu hinterlegen von 1.000 Euro, beziehungsweise wird das bei Ihrem Konto dann so vermerkt. Wert eines Pips wäre bei dieser 100.000er Beispiel, wenn es gegen den US-Dollar geht, 10 US-Dollar und Sie können eben Mini- oder Micro-Lots auch handeln. Also, wie gesagt, nur Bruchteile dann auch von diesen 100.000. Das war früher nicht möglich, weil da eben im Forex-Markt nur die großen Adressen waren. So, und jetzt ist es eben möglich, auch Bruchteile dieser Lots zu handeln. Mehr Informationen finden Sie bei Ihrem Broker, dem CIFX-Broker unter www.cifx-broker.de. Sie können per E-Mail die Serviceabteilung schnell erreichen, kostenlos auch am Telefon kontaktieren. Wer Informationen zum täglichen Handeln haben möchte, der schaut doch bitte unter www.blog.cifx-broker.de mal vorbei. Da tauschen sich Anfänger, Fortgestittene und Profis zum aktuellen Marktgeschehen aus. Und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Devisenhandel, Ihr T-Klein-Lein.